Ja hallo und herzlich willkommen zur Smackdown Live Review hier vom 16.08.2016, die Go Home Smackdown Ausgabe vom Summerslam. Ich glaube zum ersten Mal, dass ich überhaupt sage Go Home Smackdown Ausgabe vom Summerslam. Na gut, so lange mache ich ja noch keine Smackdown Reviews, deshalb quasi eine kleine Premiere in dem Sinne und diese Review mache ich heute alleine, denn wir hätten es normalerweise morgen Abend alles aufgenommen, jedoch kommen in den nächsten Tagen so viele Reviews bzw. auch Previews, wenn man sich überlegt, NXT Review, NXT TakeOver Brooklyn 2, Previews, Summerslam Previews. Dann noch die Live Reviews, also es kommen so viele Reviews und ich wollte dann halt versuchen, die Smackdown Live sehr, sehr schnell hochzunehmen, damit es halt nicht zu viel wird und deshalb werde ich die heute mal alleine machen, was denke ich mal, ja, nicht so schlimm ist, würde ich mal sagen und ja, die Show habe ich live gesehen und ja, angefangen hat es, wie man es jetzt mittlerweile kennt von Smackdown Live immer, mit Daniel Ryan und Shane McMahon, sie holen Randy Orton dazu, der einen Vertrag unterzeichnen soll für das Match gegen Brock Lesnar beim Summerslam. Ja, er warnte vorher noch was mit, äh, ja, Brock Lesnar beim Summerslam passieren wird und so weiter, sofort, ein RKO, put him to Viperville. Dann kam der gute Heath Slater dazu mit einem Fruchtkorb, er entschuldigte sich, ähm, ja, weil er erst gemerkt hat, dass die beiden einen Vertrag für Smackdown Live angeboten haben. Und, ja, Brian sagte aber dann, dass man Slater nicht immer eine neue Chance nach der nächsten geben kann und, ja, dann, ähm, ja, hat Randy Orton nochmal auf den Apfel gebissen aus dem Korb von Heath Slater und unterbreitet eine Idee. Und die Idee war folgendermaßen, und zwar gibt es das Match Randy Orton gegen Heath Slater. Wenn Heath Slater gewinnen sollte, dann gibt es den Vertrag. Schönes, nettes Anfangssegment, war nicht schlecht, war cool, also, ich fand es nicht schlimm. Ja, Heath Slater, ne, will ja wieder um einen Vertrag kämpfen mit dem hottest Free Agent in Sports Entertainment. Gut, in Sports Entertainment kann er ruhig sein, aber ich glaube, von der ganzen Welt würde ich eher sagen, nein, und wenn man es ganz logisch betrachtet, ist er natürlich kein Free Agent, weil er ein Wrestler ist letztendlich. Also, er kriegt ja trotzdem sein Geld. Aber egal, 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 egal. Wir fangen einfach an mit, ja, Smackdown Live, dann kam ja wie gewohnt das Intro und dann kam das Opening-Segment, und zwar das Miss-TV-Segment, wo Miss und Maryse uns begrüßt haben und, ja, Miss wollte anfangen eine Promo zu halten, jedoch kam schon Dean Ambrose raus und sagte, dass er, ja, die Miss-Stimme nicht leiden kann und, ja, sie seien halt ein paar Tage vom Summer Zone entfernt. Und, ja, dann wollte er weiterreden, jedoch unterbricht den Dolph Ziggler und lieferten sich erstmal ein Staredown. Dann geht erstmal der Miss dazwischen und, ja, wo die erstmal ein bisschen prügeln wollten und, ja, der Miss hat es ein bisschen abgehalten und, ja, Miss hat dann ein bisschen mehr so gegen Dolph Ziggler geschutet, dass er halt, ja, die Kritiker zum Schweiben bringen könnte und, ja, was passiert, wenn Dolph Ziggler scheitert, er so viele Chancen hatte, die er nicht genutzt hat. Was Dolph Ziggler natürlich nicht gesagt hat, er meinte, es wird nicht passieren, er sei konzentriert, äh, konzentriert. Ambrose meinte, hm, das glaube ich dir nicht. Und, ja, dann versucht natürlich wieder Miss wieder einzugreifen, jedoch, ja, hat Dolph Ziggler was dagegen, verbietet ihn in den Mund und dann, ja. Alles, was Dean Ambrose von sich gegeben hat, hätte Ziggler dazu bewegt, Ambrose umzunähten. Nach dem Summersler wird Ambrose eingestehen, dass er Ziggler zu sehr getriezt hat und er deswegen den Titel von Ambrose gewonnen hat, also den WWE World Title. Dann sagte er, gute Ambrose, dass nach dem Titelwind nicht leichter wird, denn die Kritiker, ja, werden weiterhin erst recht ein Auge auf ihn haben. Ähm, denn, als Champion möchte dich jeder in die Finger kriegen und, ja, du bist quasi das Ziel, weil jeder halt deinen Titel haben möchte. Und, ja, das könnte genau sein, dass das Dolph Ziggler zum Verhängnis sein wird. Aber das wird nicht passieren, denn Ziggler wird am Sonntag verletzt und gedemütigt. Dann, ja, würde auch noch zeigen, äh, dass Ziggler nicht genug Leistung zeigen kann, um diesen Titel zu gewinnen. Jedoch kommt dann Ziggler, redet dann ein bisschen mehr in Rage und dass er alles in seiner Macht stehen tun würde, um zu gewinnen. Und wenn, ja, Ambrose nicht damit rechnet, wird, ja, Dolph Ziggler einen Move verpassen und das hat er letztendlich getan und zwar den Superkick. Und, ja, Ziggler steht über Ambrose und, ja, Ambrose wird herausfinden am Sonntag, warum Dolph Ziggler wirklich so damn good ist. Genau, das war die Anfangs-Momo so ziemlich zusammengefasst. Ja, ziemlich geil. Also, man muss ehrlich sagen, als ich, gerade wenn man so überlegt, wie man die Fehler letztendlich aufgebaut hat, als, hier, glaube ich, bei der ersten Smackdown-Live, äh, das war die zweite Smackdown-Live-Erstgabe, wo wir darüber gesprochen haben, wo wir echt ein bisschen gezweifelt haben, okay, Dolph Ziggler ist number one contender, ist es glaubwürdig und so weiter und so fort. Aber man hat es nach und nach immer sehr, sehr gut aufgebaut, gerade diese Pro-Modelle, das hilft mir, hypt auch dieses Match und ich muss sagen, so am Anfang habe ich mich natürlich so gefreut, ja, wird ein schönes Match, halt beide gute Wrestler, aber gerade mit diesen Pro-Modellen, mit den kleinen Details, wie zum Beispiel dieses Superkick, letzte Woche der Dirty Deeds und so weiter und so fort, finde ich super, wie man diese Feder aufgebaut hat und auch gerade hier, das Pro-Modell war super, Ambrose in seiner klassischen Art halt, äh, dass er natürlich ein super Mic-Worker ist, das ist klar, Dolph Ziggler hier wieder, ja, redet so in Rage, redet mit Passion und so weiter und so fort, kam alles sehr, sehr gut rüber, sehr, sehr glaubwürdig rüber, sehr, sehr gut, Demis war danach eher eine Nebenrolle, zumindest in diesem Segment, dann wurde kurz gezeigt, dass, ja, Apollo Crews rauskam und Demis spielt weiterhin auf den Witz von Danny Ryan, weil, ihr wisst ja, Danny Ryan hat sich ja vor zwei Wochen mal versprochen, als er statt Apollo Crews Apollo Creed gesagt hat und Demis sagt die ganze Zeit zu dem Apollo Creed, Crews sagt, er heißt Crews und, ja, dann sagt er, glaubst, ich bin doof und, ja, du bist Apollo Creed und so weiter und so fort, das hat Apollo Crews nicht ganz gefallen und verpasst er dann eine Toss Powerbomb. Joa, das ist zumindest der Aufbau zum IC-Title-Match. Ja gut, ne, soviel dazu. Auf jeden Fall, dann das 12-Man-Tag-Team-Match zwischen, ja, American Alpha, Hype Bros, die Usos gegen Breezango, die Ascension und Wardvillians. Wir haben tatsächlich Breezango letzte Woche in der Review vergessen, das wurde auch uns in den Kommentaren geschrieben. Ja, das stimmt, aber, na gut, Breezango. Ich würde jetzt nicht sagen, die sind jetzt so ein bahnbrechendes Tag-Team. Sagen wir es mal so, sie waren jetzt nicht, wo ich sagen würde, okay, die waren jetzt in den letzten zwei Jahren krass relevant. Na gut, Tyler Breeze ist nicht so lange im Main-Roster, aber man überlegt, dass er über 90% seiner Matches verloren hat. Ich weiß nicht, hat er diese Statistik überhaupt noch? Interessiert mich mal, auf jeden Fall gab es ein 12-Man-Tag-Team-Match mit allen Tag-Teams, die es gerade aktuell gibt. Was auf jeden Fall, ja, als ich es zum ersten Mal gehört habe, fand ich es ein bisschen merkwürdig, jetzt so im Nachhinein. Fand ich es nicht schlecht, das Match war jetzt auch nicht besonders lang, ich sehe gerade, ja gut, er hat 70%, aber ich gucke mal gerade auf die Statistik von 2015-2016. 2015 hat er 69% seiner Matches verloren, 2016 knapp 90. Okay, das hört sich schon mal auf jeden Fall besser an, als wenn man so überlegt, wie er früher verloren hat, hat er schon mal eine schlechtere Bilanz gehabt? Nee, 2016 ist, glaube ich, die schlechteste Bilanz in seiner Losing-Streak tatsächlich. Ja, das hört sich auf jeden Fall mal sehr, sehr gut an. Nochmal zurück zum Match zu kommen, das Match ging nicht lange, ungefähr, ja. 6 Minuten 49. Ja, alle Tag-Teams haben, also zumindest was wir sehen konnten, ist quasi, also erstmal so eine kleine Anfangsszene, dann brawlten sich alle gegeneinander und dann, als man wieder reinkam, hat jeder irgendwie einen Finisher kassiert und letztendlich gab es den Grand Amplitude gegen Inglis. Also, ja, war ein merkwürdiges 6-Man-Tag-Team-Match, äh, oder ein 12-Man-Tag-Team-Match, weil das ist viel zu wenig Zeit, letztendlich. Und, ja, ich weiß auch nicht, warum man jetzt alle Tag-Teams eigentlich jetzt zusammengepackt hat, ähm, ja. Haben wir auch schon mal öfters angesprochen, dass man die Tag-Team-Division und die Women's-Division aufgesplittet hat. War ein Fehler. Aber gut, gehen wir direkt mal weiter und zwar, ja, gab es einen, ja, veränderten Entrance, kann man sagen, und zwar Naomi kam mit einem neuen Entrance raus, mit einer neuen Art und so weiter und so fort. Also, der, der Song ist eigentlich fast das gleiche, nur halt, ja, geremixed, kann man ja sagen. Also, dieses Amazing ist ja immer noch da. Und, ja, dann noch dazu kann man noch sagen, dass, ja, sie ein Match hatte gegen Eva Marie zum Entrance, kann man so viel sagen. Ich fand ihn cool, also ich mochte den Entrance, fand ich nicht schlecht. Und, ja, Naomi ist anscheinend wieder face-geturnt. Frag ich euch auch so, wie jetzt eigentlich, weil sie war eigentlich ein Heel. Ist jetzt auf einmal wieder face. Ich hoffe, sie wird nicht zum Big Show. Aber das glaube ich nicht. Ähm, ja, mal sehen, was man mit ihr vorhat. Auf jeden Fall eine gute Wrestlerin, kann man auf jeden Fall sagen. Im Gegensatz zur anderen Person. Ähm, und zwar Eva Marie sollte wieder ihr Spectacular-Debüt haben. Oh Gott, ey. Wenn ich das schon sage, kriege ich das Kotzen. Ähm, dann kam ja wieder diese Stimme und kündete Eva Marie ganz normal an. Dann sagt er, dass Eva Marie im Stau steckt und darin kann sie nicht antreten. Eva Marie, apologies. Ja. Was soll man dazu sagen? Kann Eva Marie einfach aufhören zu wrestlen? Also, wenn sie meinetwegen irgendwie valid. Wenn sie meinetwegen die Begleitung von irgendjemandem machen will. Meinetwegen. Aber als Wrestlerin hat sie für mich im Main Roster in der Women's Division, wenn es bald ein Women's Title geben sollte, nichts zu suchen. Und dazu muss man sagen, ist sie noch auf der Summer Slam Card. Und im Vergleich zu manchen anderen Wrestlern. Okay, gut. Äh. Wollen wir mal legen. Eva Marie ist auf der Summer Slam Card, obwohl sie vor einem Monat noch überhaupt keine Rolle im Main Roster gespielt hat. Und Sami Zayn ist nicht auf der Summer Slam Card. Und der hat eigentlich die ganze Zeit eine gute Rolle gespielt. Also, der ist schon ein bisschen traurig. Ja. Genau. Das Dieu war... Das Dieu war Wrestle Day. Ich freue mich schon auf das Match. Und zwar gibt es ein 6-Man-Tag-Team-Match mit... den Teilnehmern, sage ich gleich. Aber sie ist auf jeden Fall dabei. Und vielleicht kriegen wir da das Spectacular-Gedewü. Ich hoffe es nicht. Ja, dann wurden Bilder gezeigt vom Hell-No-Sale-Match. Und zwar der Opener des US-Title-Match zwischen John Cena und Alberto Del Rio, der da zurückgekehrt ist und den Titel abnahm. Übrigens war es ein Cleaner-Sieg. Muss man sozusagen nach 7 Minuten mit diesem Kick nur beendet. Und damit John Cena quasi erstmal in die 2-monatige Pause für seinen Dreh gemacht. Dann kam er wieder. Und dann gab es halt die Verletzung irgendwie, die komischerweise kassiert. Aber man wird immer Alberto Del Rio die Schuld geben. Okay. Kann man machen. Aber man tut ja so, dass er nach diesem Match ja nicht mehr zu sehen war. Was natürlich nicht ganz stimmt. Ist ja natürlich klar. Aber, na gut. Gut. Dann, äh, ja. War AJ Styles Backstage mit Alberto Del Rio. Und Styles ist ein wenig neidisch, dass Del Rio heute schon die Hände an John Cena legen kann. Del Rio sagt, dass er Styles-Ratschige nicht braucht. Er wird Cena heute erneut schlagen. Und dann gab es, ja, noch einen guten Diss von AJ Styles. Und zwar ist er im Main-Event vom SummerSlam, während Del Rio nicht auf der Kart ist. Ja, das stimmt. Und zwar wird er auch nicht auf der Kart sein. Und das auch nicht nur bei SummerSlam, sondern auch nicht bei Backlash. Denn, ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, und zwar ist Alberto Del Rio für 30 Tage suspendiert aufgrund des Verstoßes der Wellness-Policy. Fun Fact am Rande noch. Ein paar Stunden später wurde bekannt gegeben, dass Paige auch suspendiert wurde für 30 Tage wegen der Wellness-Policy. Dazu noch Anmerkung, dass Paige an diesem Tag, also gestern, 24 Jahre alt wurde. Also, das würde ich mal sagen, ist natürlich ein Geburtstagspräsent. Ob man sich freuen soll oder nicht, das ist natürlich eine andere Sache. Das Positiv für die beiden sind, die können jetzt ein bisschen Zeit verbringen. Das ist, denke ich mal, hier, wo die man sagen kann, okay, das ist positiv. Andererseits, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte von der Wellness-Policy, ich finde die nicht glaubhaft. Weil, natürlich, es ist berechtigt, dass der Rio und Paige, wenn die wirklich was gemacht haben oder auch ein Reigns oder wer alles sonst in der Vergangenheit suspendiert wurde, kann man suspendieren. Habe ich kein Problem mit. Nur, dann soll man es auch bei allen machen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Brock Lesnar bei UFC gedopt hat, dann soll er auch gesperrt werden. Weil, das ist jetzt nicht, natürlich ist Brock Lesnar ein großer Draw. Das ist klar. Das ist, der ist eine, wenn nicht sogar der größte Draw im Wrestling. Aber, der kann sich ja nicht einfach alles erlauben. Der kann ja nicht einfach, keine Ahnung, Anabolika, oder was hat er genommen? Irgendwas, ich glaube, Anabolika-Satz war das. Ich sag jetzt einfach mal Anabolika nehmen. Und, ja, andere Wrestler würden dafür suspendiert werden, eh aber nicht. Und, mir kann nicht erzählen, her UFC, Dings und so weiter und so fort. Billy Gunn wurde auch damals entlassen, als er, ich glaube, bei dem Bodybuilding-Test durch die Wellness-Policy verstoßen ist und wurde dann von der WWE entlassen, würde ich sowieso, wenn man so einen Nachhinein betrachtet, in Bezug auf Brock Lesnar natürlich schwachsinnig finde. Aber, naja, und anscheinend sollen sich auch einige Backstage sich aufgeregt haben, dass Brock Lesnar halt ohne Strafen durchkommt und als Biest dargestellt wird und halt eine Präsenz kriegt und alles und Leute wie Romerains, Paige und Dario, ja, oder Romerains sollte sich ja anscheinend auch vor allem entschuldigen und Lesnar muss das ja nicht machen und alles, also, da sieht man schon, wie die WWE teilweise auch mit den Leuten umgeht. Finde ich natürlich nicht gut. Natürlich ist es berechtigt, dass ich suspendiert bin, aber, wie sagt man so schön, es muss auch eine gewisse Gleichberechtigung da sein, ne? Also, wenn jetzt der Brock Lesnar Scheiß gebaut hätte und ich glaube, ich weiß nicht, ob diese Substanz auch in der WWE-Wellness-Policy, wenn die in der WWE-Wellness-Policy dazu gehört, dann muss Brock Lesnar logischerweise drei Tage suspendiert werden und natürlich würde dann dieses 15 Years in the Making stattfinden, aber das hat Brock Lesnar selber schuld. in dem Sinne. Und, ja, ich weiß gar nicht, ist der UFC-Kampf, ist das jetzt komplett bestätigt, hat jetzt Lesnar überhaupt von der UFC eine Strafe bekommen oder ist da überhaupt noch was in Verhandlung, weil ich hab da jetzt mittlerweile nichts mehr gehört. Ja, jetzt bin ich mit diesem Thema jetzt nennen geblieben, aber ich wollte es einfach mal aufgreifen, weil es jetzt relativ aktuell ist, dass halt Paige und Delrio suspendiert wurden für drei Tage. Und damit würde, ähm, natürlich, Paige verpasst kein Backlash, weil sie hat ja damit nichts zu tun, aber ich weiß nicht. Clash of the Champions ist der nächste Pay-Per-View. Ich weiß gar nicht, wann findet der überhaupt statt? Äh, das kann ich mal nachgucken. Clash of the Champions. Theoretisch könnte die da dabei sein. Ähm, Clash of the Champions ist am 25. September. Okay, da könntet ihr dabei sein. Aber ich glaub nicht dran, dass die da ein Teil sein wird. Und dann, naja. Gut, ich will mal dieses Thema nicht weiter aufgreifen. Ähm, ich hab jetzt mal ein bisschen darauf angesprochen. Schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommentare. Und, ja, auch wenn ich mal sagen muss, irgendwie ist das schon ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Also, natürlich kann da was dran sein. Also, ich geh davon erstmal aus, dass da was dran ist. Aber grad am Geburtstag und alles... Naja, gut. Aber auf jeden Fall gab's dann eine, ja, Ankündigung. Und zwar, dass Curt Hawkins bald zurückkehren wird. Curt Hawkins kennt man, denke ich mal, der Tag Team Partner von Zack Ryder gewesen. Also, Edge Heads. Und waren auch Tag Team Champions. Waren auch Teil der La Familia. Waren auch zum Beispiel in der Fede mit dem Taker mal beteiligt. Wo sie mal Edge geholfen haben und so weiter und so fort. Also, ich denke mal, ich kenne ihn gut. Und ich finde ihn auch eigentlich einen talentierenden Wrestler. Also, zumindest was ich früher von ihm gesehen habe. Ich fand ihn immer sehr, sehr gut. Und fand ihn auch ziemlich underrated. Deshalb bin ich auch irgendwoher froh, dass er wieder zurückkehrt. Die Frage ist halt, welche Rolle er einnimmt. Das ist natürlich klar. Und wie gut er jetzt ist. Also, wenn ihr ihn in den Indies verfolgt habt, schreibt mal in die Kommentare, wie gut Curt Hawkins tatsächlich ist. Ja, auf jeden Fall muss ich aber dazu sagen, dass sein Theme ziemlich geil ist. Das hab ich mir mal angehört. Finde ich ziemlich nice. Ja, dann gibt's das nächste Match. Und zwar Randy Orton gegen Heath Slater. Und wenn Heath Slater gewinnt, dann kriegt er einen Vertrag. Und tatsächlich hat Heath Slater dieses Match gewonnen. Jedoch durch die Queue, weil Orton die ganze Zeit auf Heath Slater eingeprügelt hat. Und ja, der wurde durch die komplette Halle ein bisschen, also ein bisschen außerhalb des Ringes ein bisschen verprügelt, durch die Barrikade geschmissen, auf das Kommandatorenpult geschmissen. Und dann hat er in den Ring reingeschmissen. Beziehungsweise noch eine Dignity verpasst von, ja, der Bande quasi. Und dann hat er in den Ring reingeschmissen. Zwei German Suplexen gezeigt. Ein Zeichen Richtung Randy Orton. Äh, Randy Orton, nein. Ein Zeichen Richtung Brock Lesnar. Und dann letztendlich den RKO. Und dann lässt er sich feiern. Und dann erscheinen Bray White und Eric Rohn auf den Titan Drone und kündigten ihre Ankunft an. Ich hoffe mal irgendwie, dass Bray White und Eric Rohn nix, oder zumindest Bray White, nix in dem Match bei Brock Lesnar gegenwärts. Randy Orton machen würden, weil das fände ich nicht gut. Und ich glaube, Mischa würde sich auch nicht besonders freuen, wenn das passieren sollte. Geil wäre natürlich im Main Event einzugreifen. Das ist natürlich klar. Ich hoffe trotzdem, dass das nicht der Main Event wird. Bäh, bäh, bäh. Ich glaube, da würden sich nicht nur, ähm, ähm, ja. Natürlich für Orton wäre es geil, aber gerade für die Leute, die sich ein bisschen aufregen, dass Lesnar halt quasi einen Freifahrtschein bekommen hat, wäre es natürlich nicht super, dass er den Main Event kriegt. Und ich wäre auch dagegen, dass er den Main Event kriegt. Muss man sagen. Also ich würde sagen, den Universal Title einfach. Gerade mit Finn Balor im Main Event wäre natürlich ziemlich geil. Okay. Dann natürlich, ähm, ja, hat Heathcater, wie gesagt, den Vertrag bekommen. Und sitzt dann auch Backstage beim Ringarzt. Shane und Brian kommen dazu. Katholinen, Heathcater zu seinem Sieg und Vertrag. Aber er war einfach, äh, verwirrt, weil er gesagt hat, dass er Lesnar geschlagen hat und keine Gnade gegen Orton gezeigt hat. Er lobt Bryans Serie als Holy Foley. Also, denn er hat Brian als Mick Foley bezeichnet. Und Shane hat er gesagt, wie hübsch er aussieht. Und, ja, sagt, dass, ähm, ja, sie Stephanie ist. Und Shane war da ein bisschen verwundert, zieht den Vertrag wieder zurück. Und, ja, Shane hat es letztendlich nicht mitbekommen, wollte dann unterschreiben und dann, ja, hat er immer noch keinen Vertrag bei Smackdown Live. Ich bin mal gespannt, wie lange man es hinzieht. Ich hoffe, man hat es nicht zu lange. Weil, irgendwann wird es ein bisschen langweilig. Noch ist es okay, aber irgendwann, man darf es nicht zu übertreiben. Aber, es ist die WWE, ne? Gehen wir direkt zum nächsten Match, und zwar das Non-Title-Match zwischen Dean Ambrose und Eric Rohn. Fünf Minuten, das Match war okay. Also, ich würde nicht sagen, es war ein Knaller-Match. War okay, das Match. Dean Ambrose hat We Are Dirty Deeds gewonnen. Und damit hat sie es. Wyatt war ein bisschen, ja, schockiert. War nicht froh. Und verlässt anschließend ohne Rohn die Halle. Waren sie eventuell einen Split der Wyatt-Family? Man weiß es nicht. Vielleicht gibt es die Fäde Wyatt gegen Eric Rohn. Man weiß es nicht. Also, das kann man nicht ganz beantworten. Man wird es sehen. Braun Strowman soll ja übrigens nicht erfreut sein, dass er von Bray Wyatt getrennt wurde, weil die halt ziemlich gute Freunde sind. Ja gut. Dass man die Wyatt-Family generell aufgesplittet hat, war natürlich nicht so ganz sinnvoll. Aber gut. Das ist halt der Roster-Split, ne? Gut, dann gehen wir direkt zum vorletzten Match des Abends. Und zwar das Tag-Team-Match zwischen Becky Lynch und Carmella gegen Alexa Bliss und Natalya. Dieses Match konnten, ja, Becky Lynch und Carmella gewinnen. Via Submission durch den Disarmor von Becky Lynch. Iva Uri kam während des Matches raus und wollte ihr Match bestreiten. Lustig. Also, wo ich die gesehen habe, die so, geh einfach weg. Geh einfach weg. Die geht mir so auf die Nerven. Meine Güte. Ich will die einfach... Wenn ich die sehe, dann könnte ich schon abschalten. Ganz einfach. Und hätte ich auch fast gemacht. Aber Gott sei Dank kam Naomi, hat die ein bisschen, ja, weggetrieben. Und dann, wie gesagt, konnte die halt die Ablenkung ausnutzen. Und Natalya hat das Match verloren mit ihrer Partnerin Alexa Bliss gegen Becky Lynch und Carmella. Gut, natürlich, dass Bliss nicht gepinnt wurde. Dass dann Natalya dafür hingehalten hat, fand ich natürlich sehr, sehr gut. Denn Alexa Bliss ist super und die soll nicht gepinnt werden, ne? Natürlich. Gut, dann, ja, sehen wir einen Baron Corbin, der erneut Kalisto attackiert. Und, ja, sollte Kalisto nochmal aufstehen, wird Corbin ihn erneut attackieren. Und er wird ihn überall finden, zu jeder Zeit. Und drückt dabei nochmal Kalistos Gesicht gegen ein Rolltor. Das heißt, wahrscheinlich für Backlash wird es dieses Match geben, Baron Corbin gegen Kalisto. Vielleicht sogar als Kick-Off-Match. Vielleicht ist es ja schon angekündigt, man weiß es nicht. Bisher ist auch noch, glaube ich, kein Kick-Off-Match bekannt gegeben worden. Ähm, nö. Nö, bisher nicht. Mal sehen, mal sehen. Sind nur noch ein paar Tage, ne? Bis SummerSlam. Vorher kommt noch natürlich NXT TakeOver Brooklyn 2, was, denke ich mal, super wird. Und ich glaube, dass Brooklyn 2 wahrscheinlich die Show stehen wird vorm SummerSlam. Wie letztes Jahr, quasi. Aber gut. Ich würde mal sagen, gehen wir direkt weiter. Dann, wie gesagt, die Ankündigung mit dem Six-Man-Tag-D-Match. Und zwar Beckel Lynch, Kamella und Naomi bestreiten gegen Alexa Bliss, Natalya und Eva Murray. Also das heißt, ein Teil von PCB, ein Teil von BAD und der Rest NXT quasi und Natalya. Ja. So kann man das zusammenfassen. Ich weiß nicht, warum ich das dazu gemacht habe, aber egal. Dann kam AJ Styles raus, sitze sich während des Main Events bei den Kontratoren faselte ein bisschen was über John Cena. Hat ein neues T-Shirt, was ich cool finde. They don't want none. If... Ne, it's... Ne, if it's not phenomenal one. They want none. Irgendwie so ein Dreh war das T-Shirt. Finde ich auch nicht schlecht. Dann gab es im Main Event John Cena gegen Alberto Del Rio. Und... Ja. Das Match war das längste Match am Abend und natürlich für mich auch das Match of the Night. Was ich einfach an dieser Smackdown-Ausgabe cool fand, ist, dass es im Vergleich zu Raw nicht so viele Jobber-Matches gibt. Was mich an Raw ein bisschen stört, dass es einfach Jobber-Matches gibt. Zumindest in der Anzahl, weil hier waren die Matchen okay, natürlich mit Orton und Islayter. Das fand ich aber nicht schlecht, weil man hier einfach Orton nochmal stark darstellt, sich für das Match gegen Brock Lesnar und einfach nur ein bisschen gebrault hat, ihn einfach nur vermöbelt hat und so weiter und so fort. Einfach sich um Brock Lesnar vorzubereiten. Also, warum man auf die Art gemacht hat, hat einen Sinn ergeben. Also, es hat bei jedem Match irgendwo den Sinn. Auch natürlich beim Opener natürlich das mit 12-Main-Tagged-Match. Das kann man auch den Sinn ein bisschen hinterfragen, aber sonst waren die Matchzeiten eigentlich relativ okay. Mal fünf bis sechs Minuten Rahmen und das Main Event sogar 17 Minuten. Was auf jeden Fall ein positives Makel ist an SmackDown und wahrscheinlich wer der Sieger sein wird, das könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken. Aber erstmal zum Match. War ein schönes Match. Der Rio, John Cena zeigten, ja, sehr, sehr schönes Wrestling, können gut miteinander, haben eine super Chemie zusammen, meiner Meinung nach und haben in den 17 Minuten ein schönes Match abgeliefert und, ja, war für mich Match of the Night. Und, ja, AJ Styles hat nichts gemacht, also er hat jetzt nicht eingegriffen oder sowas in der Art, was ich gut finde. John Cena hat das Match via Attitude Adjustment gewonnen. Ja, daraufhin, ja, war Styles natürlich nicht so ganz vor. Er wollte natürlich, dass John Cena abge-, ja, wie sagt man so schön, sagen wir es so, verprügelt wird. Und, ja, dann wird John Cena ja aufstehen und dann kriegt er einen phenomenal Vorarm kassiert und schnappt sich dann ein Mikro und wenn er am Sonntag John Cena besiegt, wird er das Gesicht, der wie wir sein, also the face that runs the place. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Er wird aus Cenas Leidenschaft sein Gefängnis machen und dann, ja, sagt er natürlich, dass er natürlich der Beste ist. Dann möchte Styles den Ring verlassen, guckt aber nochmal Richtung John Cena und meinte, hm, soll ich ihn nochmal attackieren, soll ich nicht dann. Wollte ihn attackieren, wollte wahrscheinlich den Styles gleich zeigen. John Cena verpasst in out of nowhere den Attitude Adjustment, wo ich auch erstmal gedacht habe, okay, du liegst erstmal tot am Boden. Ähm, ja, das muss ich auch kritisieren eigentlich, wenn ich so ganz überlege. John Cena liegt kaputt am Boden, nach dem Phänomen der Vorarm, was natürlich logisch ist. er steht auf, also Styles will den Styles gleich zeigen und er kontert einfach out of nowhere, anstatt, dass er versucht, ein bisschen aufzustehen, sich aufzurappeln und dann kommt halt der Styles gleich Ansatz und dann der Attitude Adjustment kontert. Das hätte ich besser gefunden, so fand ich das leicht unglaubwürdig. Also das fand ich ein bisschen zu übertrieben, gerade in dem Sinne. Und dann gab es natürlich den Super AA von Cena durch das Kommentatorenpult gegen AJ Styles und damit eine klare Ansage Richtung Styles. Und ich muss sagen, als Styles nur den Phänomen der Vorarm gezeigt hat, hab ich mir gedacht, scheiß, ich glaube, Cena könnte gewinnen. Je nachdem, nachdem jetzt Cena hier den Beatdown verpasst hat, kann ich mir schon vorstellen, dass Styles gewinnen kann. Natürlich mache ich mir keine großen Hoffnungen, das ist natürlich klar, das sollte man nie bei Cena-Matches machen. Aber es könnte natürlich wahrscheinlich sein, mehr werden wir natürlich auf der Preview eingehen. Aber wie gesagt, dieses kleine Detail stört mich schon ein bisschen, weil, ja, das war nicht so ganz gut, meiner Meinung nach. Aber gut, Phase zur Smackdown-Ausgabe war eine gute Smackdown-Ausgabe, zwei Stunden, kommt mal sehr, sehr gut weg, gucken mit schönen Details. Das Opening-Segment war super, die Match-Qualität war an sich nicht schlecht, würde ich sagen, war ganz gut. Man hat Segmenten weitergebracht, man hat die Fäden weitergebracht, finde ich persönlich. Und hat man es teilweise gut gemacht, man hat ein neues Match gekriegt, wir haben jetzt elf Matches beim Summerslam für vier Stunden. Ich kann so viel sagen, der Paper wird nicht vier Stunden gehen, der wird ein bisschen länger gehen. Aber das ist, denke ich, bei jedem bewusst, dass die WWE jetzt mittlerweile gerne überzieht. Und, ja, mal sehen, ob vielleicht eventuell ein oder andere Match- Ankündigen kommen werden, ob was irgendwas bei der Kick-Off-Show angekündigt wird, ist mir völlig egal, weil ich mir die Kick-Off-Show nie angucke. Und das habe ich weiterhin nicht vor. Und, ja, außer es kommt ein Undertaker, dann gucke es mir natürlich mal an. Aber das wird nicht passieren. Und, ja, deshalb wird ganz klar Smackdown hier den Punkt kriegen. Und damit steht es 3 zu 1 für Raw. Ja, äh, Quatsch, 3 zu 1 für Smackdown natürlich. Und, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Smackdown hat einfach den Vorteil, zwei Stunden, die kann man super weggucken. Und da ist halt nicht so viel Schrott dabei, wie bei Raw, wenn man drei Stunden lang hat. Ich hoffe natürlich, wenn die Cruiserweight Division kommt und die hoffentlich gut wird, also, vielleicht so gut wie die Cruiserweight Classic, man weiß ja nicht. Aber ich werde ein bisschen träumen. Aber, ähm, dass halt wenigstens die Cruiserweight, äh, Series, also die Cruiserweight Division wird wahrscheinlich nicht so sein. Aber so eine Stunde einnimmt oder mehr und dass dann daraufhin die restliche Zeit mit anderen Sachen gefüllt wird, damit wir halt wenigstens auch so ein bisschen zwei Stunden hart haben. Weil, drei Stunden, du merkst einfach, die kann die WWE nicht gut füllen. Ich habe Respekt davor, dass die Smackdown jetzt zwei Stunden so ziemlich gut gefüllt bekommt. Natürlich ein bisschen mit Müll, also ich finde Evo Marie unnötig, aber größtenteils kann man es akzeptieren. Smackdown, also, die Veränderung an dem Rostersbit ist auf jeden Fall, dass Smackdown gute Shows bookt. Raw hat halt eine Knaller-Raw, eine wirklich, wo man sagt, okay, die kann Smackdown nicht toppen, die konnte die auch nicht toppen, war auch natürlich klar. und dann gab es eine Okay-Raw und dann halt zwei, wo man sagen kann, das ist schon grenzwertig, die Raws. Und da merkt man auch schon ein bisschen mehr den Trend bei Raw und das liegt größtenteils dahin, die drei Stunden. Und was halt natürlich auch das Problem ist natürlich, man hat nicht genug Stars. Die Star-Power ist nicht da. Finde ich persönlich. Und man bookt einfach zu viele Craps und natürlich diese Jobber-Matches Triple H, die sind scheiße. Bei NXT funktionieren die, klar. Aber NXT kannst du nicht mit Raw vergleichen. Das muss man dazu sagen, NXT kannst du nicht mit Raw vergleichen. Und Jobber-Matches helfen nicht mehr. Also, ich gebe mal ein Beispiel. Nakamura. Nakamura debütierte in der WWE. Ich sage mal so, Nakamura's Debüt könnt ihr euch doch eher erinnern, als zum Beispiel Ryback's Debüt. Ryback's Debüt war mit Squash-Matches aufgebaut. Und konnte man sich an da irgendwas erinnern? Ja, er wurde natürlich in den Main Event gepusht. Aber wenn man alles genauer betrachtet, war er auf keinen Fall für den Main Event bereit. Muss man dazu sagen. Bei Shinsuke Nakamura, er kam rein mit Impact, hat ein geiles Match gewirkt und daran nach hat ihn jeder auf den Zettel und hat auch jeder gefeiert. Das sind Leute, so bringst du Leute mit dem Debüt rein, äh, Debüt rein und nicht wie Triple H, ich glaube, so weit in dem Video stand das da, bei ESPN, dass er meinte irgendwie, ja, du kannst nicht, wenn du einfach ein gutes Match zeigst und ein anderes Wrestler, das bringt nicht viel. Du musst mit Jobber Matches aufbauen, damit du halt die Trademark-Moves kennst. Ja, aber wenn du, keine Ahnung, jede Woche drei Moves siehst, das heißt jetzt einmal Big Boot, ne, warte mal, äh, sag mal, äh, sag mal, Samoan Drop, Superman Punch und Spear. Ich weiß, Roman Reigns' Moveset, er hat natürlich mehr Moves, klar, ich, ich nehme nur als Beispiel noch. Wenn er diese drei Moves hat und die zeigst jetzt jede Woche, jede Woche, ja, dann kennt er natürlich die drei Moves, aber da sind die nichts mehr Besonderes. Diese Moves sollen ja was Besonderes sein. Deshalb bin ich zum Beispiel froh, dass AJ Styles jetzt nicht jede Woche den Styles Clash zeigt oder jede Woche den Phenomenal Vorarm zeigt oder dass man bei AJ Styles sieht, er kann mehr Moves als diese Aktion. Warum feiern so viele AJ Styles? Weil er einfach ein geiler Wrestler ist, der so viele verschiedene Moves drauf hat und er einfach ein geiler Wrestler ist natürlich. Ist natürlich klar. Oder warum feiern so viele Daniel Bryan ab? Weil er einfach ein unglaublich guter Techniker ist, der einfach so viele Moves drauf hat. Gerade aufs Wrestling bezogen. Und so weiter, ne? Und natürlich hat er auch ein geiles Gimmick gehabt und alles. Aber wenn du Leute mit Jobber-Matches aufbaut, wie eine Nia Jack, die kannst du natürlich für eine Zeit lang aufbauen. Das kann man machen. Aber nicht jetzt zehn Wochen lang durchgehen, wo Triple H gesagt hat und natürlich mit den Internetfans, will ich noch einen Kommentar vorlesen, den ich bei der Raw Review gekriegt habe. Ich überziehe jetzt ein bisschen, aber das ist auch egal. Von Broken Brother Matt Hardy Version 1.0 Schon seltsam, dass eine Company in Person von Triple H immer wieder gegen sogenannte Internetfans shootet, aber gleichzeitig keine Sekunde auslässt, mit angeblichen Twitter-Trends und Followern zu werben. Ach ja, Triple H, wo laufen denn mittlerweile die meisten eurer Shows? Baby, Network. Also diese Interview von Triple H zeigt schon die ganze Ignoranz und Dummheit dieser Company. Ja, kann man so zustimmen, würde ich mal sagen. Und das ist natürlich richtig. Es gibt keine Internetfans. Wenn man so betrachtet, was meinst du mit Internetfans? Ach, die Internetfans, die Leute, die keine Ahnung vom Insten sind. Oder Ins and Out Business. Ey, was ist das für ein Scheiß-Treck? Wenn ich, keine Ahnung, wenn ich das Match Triple H gegen Romainz und ich finde das Match scheiße, dann brauche ich nicht die Ins and Out Business zu sehen. Entweder finde ich das Match gut oder ich finde das Match scheiße. Oder wenn ich Age of Style's Debüt feiere, bin ich natürlich ein WWE-Fan. Wenn ich Age of Style's Debüt nicht feiern würde, bin ich kein WWE-Fan. Ja, soviel zur Meinungsfein. Natürlich feiere ich Age of Style's Debüt nur als Beispiel. Also, es ist halt so, oh, du feierst Romainz ab, du bist ein WWE-Fan. Feierst du Romainz nicht ab, du bist ein Internet-Fan. Ja, Triple H, was soll das? ist halt meine Meinung. Also, der Kommentar sagt eigentlich schon alles. Letztendlich, wenn man überlegt, hm, eigentlich alle zu alle WWE-Network-Abonnenten sind Internet-Fans. Alle Leute, die bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram Follower sind, von der WWE und von den einzelnen Wrestlern, sind Internet-Fans. So würde ich sie bezeichnen. Und Internet-Fans, wie ich sie bezeichnen würde, sind ganz normale WWE-Fans. So wie du und ich. Natürlich gibt es die Hardcore-Fans und es gibt die Marks. Also, halt die jetzt nicht, dass wir es nicht ganz verstehen, die halt neu reinkommen, so wie ich zum Beispiel. Ich bin ja auch ein Mark gewesen, der halt irgendwann Smart-Markiger geworden ist, der ein bisschen anders gedacht hat und alles. Ihr kennt die ganze Geschichte halt, ne? Und, das wollte ich mal aufgreifen, das hat mich ein bisschen wütend gemacht, als ich das gelesen habe, dieses Interview. Also, ich muss sagen, ganz ehrlich, bei NXT, so Takeover und so Bucke, eigentlich ist es super. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es Bucke in Technik, also, was es denn manchmal so für Gedanken hat, die kann ich manchmal echt nicht nachvollziehen. Also, gerade in Bezug mit Internet-Fans, die es nicht gibt. Hunter, es gibt keine Internet-Fans. Alter. Wie blöd muss man sein, sowas zu sagen eigentlich. Also, ohne Witz. Na gut. Und ins und out ist ein bisschen zu können, ist der größte Schwachsinn. Ist genauso, als würde ich jetzt sagen, ähm, ja, ich mag jetzt zum Beispiel keine Pizza. Ja, du weißt ja nicht, wie eine gute Pizza schmeckt. Das muss ich nicht wissen. Entweder schmeckt mir die Pizza, oder die schmeckt mir nicht. Ich muss nicht wissen, was, äh, ich muss keine Ahnung haben, ob was eine gute Pizza ist. Entweder schmeckt mir diese Pizza, oder mir schmeckt die nicht. By the way, ich liebe Witzen. Und, ja, solche Sachen. Ich wollte mal ganz kurz am Ende nochmal aufgreifen, weil ich das irgendwie in Gedanken hatte. Aber wie gesagt, Smackdown war die bessere Show diese Woche. Nächsten Tagen werden halt sehr viele Previews und Reviews kommen. Ich hoffe, es wird nicht zu viel sein, aber gerade halt, es ist das Westing-Wochenende. Ja, ich wünsche euch viel Spaß, und ich hoffe, euch hat mein Gelaber am Ende nicht ganz gelangweilt. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.